Ich mach so mancher Glück eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Das Schlecht! Dann müssen wir es packen, einfach feiner Schlauze packen, schmeißen den Kuchen an und an. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch, nach so mancher Glück eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.